Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SpieleWeltMV. Wir wollen heute mal das Pentagon, den Herausforderungen, spielen. Ja, wieder natürlich offene Gruppe, mal sehen, was sich da lohnt. Und wir haben hier zielgerichtete Beute-Ausstattungs-Grandituren, weil ich bin immer noch am Farm, um mein Hardwire-Set noch besser auszurüsten. Also fangen wir mal an, mal schauen. Wurde eingeladen. Loot ist immer gut. Da kommt er. Mal schauen. Okay, er lootet auch gut. So, mal sehen. Hoffe ja mal nicht, dass er vorläuft. Da das schön entspannt läuft, das Ganze. Und nicht hier so auf Radau-Radau und so. Hallo Arschloch, ich kann das auch. Ich kann auch eine Granate werfen. Okay. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Hat er durch die Tür geworfen, oder was? Hier, looten mal kurz. Er rennt wieder vor. Oh, naja. Nee, er ist auch am hinten. Gut. Wunderbar. Ich seh gerade erst Technik, ey. Ich seh seine Spritze auf dem... ...Auferrüstung. Äh, hinten. ...Gegnerische Kommunikation abgefangen. So. Okay, wir gehen wieder hier hin. Geschütz. Fast. Murmel. Fast. Na, Murmel können wir noch nicht werfen. Wir haben keinen Gegner getötet. Genau, guck mal raus. ...Nachladen. Murmel. Da ist ein Dicker. Ah. ...Gleich nochmal Murmel rauswerden. Ach. Hat er gerade schon rausgeworfen, oder was? Wo ist er denn? Ein Sprengsatz wurde entdeckt. Okay. Damit sollten Sie den Bohrer ausschalten können. Irgendwann zum Looten. Da hinten, da unten. Okay. Den wollen wir mal. Noch sind wir zu zweit. Das muss man sich, glaube ich, wieder Spezialmanitionen. Nee, brauchen wir nicht doch. Einsam. So. Typ, 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 typ. Gott. Auf geht's. Munition. So ist es fein. So ist es fein. Zopp. Zopp. Sie haben den Hof erreicht. Schalten Sie den Bohrer mit den Sprengsätzen aus. Okay, ich gebe euch weg. Ich schicke Sie jetzt los. So. Murmel raus. Das sind doch Hollywood hier. Komm. Geht doch. Kopfschluss wieder. Beide Beine weg. Wo ist der Störser, ne? Oh. 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 Wackelt immer schön, ne? Wenn er hier so stampft. Ist doch hier irgendwo ein Störsender, oder was? Wo hängt der denn? Aha. Hm. Okay. Wir packen mal das Geschiss weg hier. Brauchen wir ja eh nicht. Erstmal brauchen wir das nicht. So. Jetzt kommt Gegner. Dann kommen wir schon von der anderen Seite. Murmel. Das ist jetzt nicht ein bisschen falsch. Kühlsystem zerstört. Motor freigelegt. Wie habe ich gerade nichts zu tun. Kann mich natürlich auch täuschen. Oder ich bin falsch positioniert. Du nicht, mein Gott. Du bist so. Oh. Greife Ziele ab. Gute Arbeit. Kommand. Der Bohrer arbeitet nicht mehr. Wir müssen die Arschlächer erledigen. Schenkt alle verschwarten Einhaltung zum Anfang. Ja, das ging still. Und er hat nix zu tun. Leider Gottes. Und darum ist noch was. Rommelig wartet er. Wie, wie. Ja, wir hatten diesmal nix großartiges zu tun. Er ist noch am einsamen Boot. Wunderbar. Er ist auch Loot-Freak. Alles klar. So, Waffen-Monizio. Links, rechts. Oh, ist egal eigentlich, ne? Elektronisches Schloss entdeckt. So, schnell hochflitzen, befordert, aktiviert und die alle uns auf den Kopf fallen. Sag ich mal. So. Geschütz hier oben drauf. Das passt. Ja, ich will auch mal wieder ein bisschen ballern hier. Da werden wir nochmal ne Murmel hin. Mann, Leute, ist wieder meine Zielgenauigkeit wieder sehr, 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 sehr gut. Ehrlich mal. Gut, dass er ein bisschen langsam macht. Wunderbar. Brauchten gar nicht schießen. Schön zutsche. Das ist gut, das ist gut. Kein Gerenner erstmal. Oh, konnte ich meine Murmel nicht werben, weil der kaputt ist? Schade, 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 schade. Oder habe ich geworfen? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hopp, zurück, um Pfeiler rum. Wir wollen an die Server! Okay. One Six ist bereit zum Abfangen. Ich unterstütze euch! So, irgendwas noch zum Einsammeln. Nö, nix. So, mal sehen. Präsidentenraum, kennt ihr den? Jo, na, Präsidentenraum sei schon. Den Raum, wo die meisten oder manche auch mal viel vorbeilaufen. So. Hardwire, wunderbar. Was haben wir mitgenommen? An den 5 Schlüssel habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber wie konnte ich mit ihm, also. Hatten vier dann auch nicht genug. So, ist voll. Gut. Department Lockdown. Speerspitze, das war wieder viel. Ich glaube Speerspitze war wieder führen. Führen, führen, Scharfschützen, ne? Schlüssel der Black Task. So, mal gucken. Oh, wir sind jetzt zu dritt. Sehe ich gerade. Wann ist er denn dazu gestoßen? Hat er jetzt keine Meldung gekriegt? Oh, ich hab's überhört. Na ja. Gudi. Gudi, 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 gudi. Jetzt sind wir zu viert. Na, das kann ein schönes Geballer werden. Da bin ich gespannt. Mann, die Australien, äh, Australien sei schon Österreich, denke ich mal. Mann, die, Mandy. Und wer kommt da noch an? Sixpack. 1966. Oh, ein Sixpack. Alles klar, meine Biersorte. Dann komm mal mit hier. Hihihihi. Max hier ein Trick aufs Knöpchen. So. Auch gleich mal. Wunderbar. Wo ist die Drohnen, äh, da hinten, ne? Aber ich kann auch mal ne Murmel werfen. Yeah, yeah, yeah. Guck raus, guck raus. Wo immer du bist. Trotzig, keine. Na jetzt. Das war doch, äh, eben gerade ne Granate. Hm. Können wir hier von hier aus schießen? Machen wir das Geschütz hier hin. Ich habe jetzt noch mal gestört, ne? Oh, nicht zu uns? Na gut, das ist gut. Können wir wieder werfen? Ich glaube. Ist der Dicke hier unten? Hinter uns. Ah, muss ich eben gerade nachlangen. Wunderbar. Nochmal ne Murmel raus. Da kommt noch mehr. Yeah. Ein Onkel Doktor. Der sucht immer gerne EMP-Störsender. Wart wir hier überhaupt nicht gebrauchen können, ne? Dö, 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 dö. Jetzt können wir die Murmel nochmal werfen. Okay. Der EMP hat wohl die Server geschrottet. So viel zu Plan A. Bei Plan B holen wir uns die Daten direkt von deren Systemen. Es gibt ein Kommandopost. Entschuldigung, ich will umher wackeln. Da sollten Sie die Infos finden können, die wir suchen. So, immer hier unten. Na, sammelst du jetzt einen hier, oder was? Mann, 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 Mann. Nicht vorlaufen, meine Freunde. Nicht vorlaufen. Wir suchen einen großen Funkturm. Bereiten Sie sich darauf vor, dass die überall sein werden, soweit Sie in deren System eindringen. Dann laufen wir mal mit. Sind ja wieder so schnell, die Jungs. Haben ja keine Zeit. Nein, nein, nein. Das muss immer schnell gehen. Ah, ja. Aber was zu Holz, was zu Holz. Wir laufen mit. Hauptsache, wir haben den Lut eingesammelt. Haltet Sie auf! Ich schicke Verstärkung vom Boot! Okay, haben Sie auch den da hinten aufgemacht, die Jupp. Bitte nicht teleportieren. Ich will noch was einsammeln hier. Drohne der Maradeurklasse entdeckt. hier haben wir schon aufgeräumt oder was ist nicht euer ernst oder wir haben echt schon aufgeräumt ich gehe mal hier rein schädigt wieder herstellung der gelöschten daten gute arbeit ich sehe mir an und welche dateien zuletzt zugegriffen wurde der nie über uns abgesetzt gut den decken hätten wir schon mal ausgeschaltet das war schon mal gut noch mal eine mummelreiß aus nach So, nochmal einen raus, da ist ein Panzer, da ist noch ein Hund, ach der ist tot, der ist schon tot, wollten wir eigentlich gerade Spezialmunition holen. Und aufladen auch gleich mal. Jetzt glaube ich nur noch die Drohne, ne, oder? Ja. Das war's, Einsatz abgeschlossen. Tja, konnten nicht wirklich was beitragen gerade. Aber, naja, so ist das nun mal in so einer Vierergruppe, wo da noch keine Absprachen gibt oder geht. Weil wenn wir jetzt alles geschrieben hätten, dann wäre das ganz schön mau geworden. So, müssen wir nochmal auffüllen? Ne, eventuell ist voll. Guck mal, wir haben noch gar nicht einmal einen Schuss abgegeben, nachdem wir aufgefüllt haben. So, wir wollen mal gucken. Zusammenfassung. Natürlich haben wir nicht so viel Damage gemacht, wir haben auch kaum geschossen. Und Apparat, der Techniker, der hat ja mit seiner Raketenwerfer ganz schön reingehauen. Gut. Zielgenauigkeit 44%. Mann, 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 Mann. Wir werden schlechter. Na gut. Nichtsdestotrotz, ich hoffe es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Stöbert mal auch mal die anderen Playlists nach. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Bye, bye. Euer Terra. Tschaui.